wir sehen ob jetzt leute zum power grid schon geflogen sind könnte ich mir gut vorstellen ich habe jetzt leider nicht auf der flugroute geachtet also doch das war auf der flugroute da sind bestimmt leute gelandet vielleicht sind noch ein paar leute am looten oder sind schon abgauen rechts vor 30 spieler okay wir warten erst mal ab ach da ja von links wird aber geschossen ich habe nichts dabei zuerst ich weiß gar nicht wie hoch ich ziehe das war ein headshot ich habe kaum noch leben ich habe gar nichts zu machen hat sich ja richtig gelohnt die armen hast du da ist irgendwas kaputt gegangen wo auch zwei nicht ich er ist aber und es gibt es in der ersten ich komme sofort was hast du gerade als hauptwaffe ump Ich hab auch nur ne Uzi Stufe 2 Rucksack, wenn du brauchst Ach ne, ich brauch den Da ist irgendwas geflogen Achso, du bist das Bin wieder an der Ebene tiefer Hier ist einer Zwei bei mir, zwei, zwei, zwei Nein, er hat mich Oh, danke, das kam gerade in den letzten Moment Ja, ja Ähm, 16 Nö, was hat denn der andere? Da ist er, guck runter Geht er schnell Ah, komm schon Sind hier drin, glaub ich schon Na, wenn die 14, die taugt nicht mehr, oder? Pff, also Climamate ist nicht mehr so gut Hier, erweitert das Magazin Scharfschutz So So Weil die sind direkt unter uns, ey Was für ein Schrott hatten die da dabei? Ja Du brauchst noch ein Vierfach? Noch, warte, 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 noch einer Ja Ja, ich hab Vierfach schon Okay, dann hab ich jetzt zwei Halt, halt die, äh, halt die Ohren steif Ich versuche Ja, ich hör was Kann ich den irgendwie wieder umgehen? Bleib mal kurz stehen Ja Alter, Schwede, vielleicht ausgehalten Okay, du hast ihn getötet, super Perfekt Ich muss meinen letzten Energy benutzen Hast du eigentlich schon mal eine Auge gefunden? Einmal, ja Also, die haben immer Christen gefunden Da hab ich die dem, äh, Creme überlassen Bzw. er hat sie sich ja direkt geschnappt Weil ich fahre Geschnappt Ist die gut? Beziehungsweise lohnt das sich? Weil, irgendwie ist die ja extrem selten Ja, im Narkap ist die halt schon ziemlich stark Also, im Narkap ist es Die haut, haut raus, macht viel Schaden Lauf gerade Wahrscheinlich gleich auf dem Drop zu Da ist die AWP nichts gegen Ja So, wird Ach, ich dachte, er würde es abwerfen Ja, wäre nett gewesen Eigentlich bräuchte ich nicht für den Bauch und nichts mehr Ja, also Also, dass wir halt da hinschauen Und, äh, ein bisschen drauf schauen Äh, hinter uns, hinter uns sind Leute Ich seh's noch nicht Gut, äh, unter uns Vom Haus aus Ah, ich seh's Wir haben uns gesehen Ja, ist ausgenockt Wow Ja, sein Team Hat ihn aber ganz gut getroffen, der Typ Ich weiß nicht, wo Er weiß nicht, von wo Noch einer Er schießt irgendwo anders Äh, beides tot Oh, der hätte jetzt hingeschossen Also, ich würde die jetzt nicht looten Die Leute hatten aber gutes Zeug dabei Ja, ist aber zu offen Und der hat auch irgendwo anders hier geschossen Ich weiß nicht, ob er uns gar nicht gesehen hat Also, mich hat er auf jeden Fall gesehen und getroffen Danach hat er aber ganz woanders hier geschossen Ich bin hier rechts neben uns Und ich frag mich Auf wen Vielleicht hat er mich nicht mehr gesehen Und dann dich gesucht Ich würde am liebsten jetzt irgendwo mich grad hinhocken Und mir dann die Nase pudern Nicht im Badezimmer Nee, 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 direkt hier Ich mute mich dann schon so lange, aber Ach, scheiß doch Risiko Aber mal hier auf dem Lügel Äh, neben uns, ne? Ah, stimmt Ich dachte schon, was das Einen ausgenockt Ich seh dir nicht Der andere fährt weiter Fährt weg Der andere lässt dann kurz Die mit dem, äh, in Ruhe sterben Liebt der hier vorne? Ja Oh, lol Wo schießt du hin? Tot Ah, nein Oh, meins Ja, ich muss den Baum, ist ein Muni Auto kommt Dreck vor uns Äh, Norden Bin grad nicht bereit Handgriff lag dann, hast du genommen? Ja Ja, okay, aber für 350 Grad, wir kommen sie zu uns, links Alter Ach, Kids Junge Ach, 28 Visio nehme ich jetzt nicht Äh, Sky, äh, ich bleib, glaub ich bei der, ich bleib jetzt bei der M16 Ich hab grad so'n Lauf mit der Ich bleib nicht kurz Ich bleib bei der M16 bei diesem Ich hab, ich hab einfach zu'n krassen Lauf mit der Äh, warum kann ich die nicht mehr nutzen? Ach doch jetzt Schalldämpfer ist R, hast du ne Sniper? Äh, ja Ja, Schalldämpfer ist R Okay Bzw. darf ich die nehmen? Nee, ich, ich, ich Ah, sonst nehm du denn, ja, passt Ja, ich scheiß grad auf, 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 auf andere Oh, Stufe 3 am besten Ja, wir müssen im Prinzip die Straße überqueren Auto Da links Scheiße, Zone kommt, fuck, wir müssen irgendwie Ja, zum Loot gehen Teams hin Ja, egal, er fährt da hin Ja, wir müssen irgendeine Position suchen und die dann absnipen Da vorne, die Nagehalle, will die all Ja, wir müssen jetzt irgendwie, fuck, wir müssen, ja, wir müssen irgendwie nach rechts Sind die hier vorne stehen geblieben? Loot, ne, aufpassen Beim Looten jetzt, Leute Ich würde ja am liebsten jetzt finishen, aber wir brauchen Nein, passt, egal Dauert zu lange Links, glaub ich Ne, noch nicht So, wir sind jetzt von allen Seiten offen Ja Willkommen zu Pupke Wir sind ja rechts irgendwo bei der Scheune, müssen wo Leute sein, also Ja, da sind eben zwei Leute hingerannt Ja So, dass die schon da waren Die Zone ist aber auch mies Ich fang, ich fang mich schon mal an ein bisschen zu boosten Ja, ah, ich seh da vorne einen bei 215 Zwei sogar So, wie boostet man sich denn? Ja, genau, das ist einfach die Booster so nehmen, wenn du halt Ach, wenn man noch voll HP hat? Ja Okay, mach das jetzt auch mal schmerz An IG-Drink Fuck ey, das ist doch Ne Verarschung Die schauen vielleicht in die Richtung, ne? Pass auf, 195 jetzt Wir müssen aber jetzt da irgendwie hin Wir sind so nah dran Oder die sind gleich auch aus der Zone raus Das heißt, wir können im Prinzip warten, bis die los müssen Wir sind ja fast drin Wenn ich irgendwie einen Sniper-Schuss auf den krieg, ne? Dann versuche ich den zu kriegen Äh, zu nehmen Ich habe ja einen SR Ähm, Silencer Ich bin quasi an der Grenze, ey, man Noch ein Stein weiter sozusagen Oh Gott, vor uns sind wir so nah Da sehe ich noch ein Team, ey Wo? Ja, 170 Also habe ich einen einzelnen Spieler gab Und wer war das? Ich nicht Das könnten die aus 200 sein Ja, aber ich glaube, die kriegen sich gleich Okay Ob man selbst von rechts Rechts aufpassen Ja Ich glaube, ich habe Was gesehen Ja, ich habe links auch Leute gesehen Können auch ein Grafikpack gewesen sein Ah Pass auf, du läufst direkt auf die Zone Ja, ich weiß Ja, ich sehe es, 200 Zwei Stück, die stehen da Oh, das war schlecht Hab einen Ja, der andere dreht weg Er ist ausgenockt Ach verdammt, ich muss kurz das Scope tauschen Moment So, jetzt Noch zwei Hab einen Hab zwei Alle weg Okay Perfekt Scheiß auf alles Kein Looten, kein gar nichts Das bringt uns auch nichts mehr Das bringt uns auch nichts mehr So, da haben noch zwei Leute Ja Und wir haben 20 Sekunden, um durchzukommen Oh Gott, ja Wir müssen zu denen hinlaufen Ja, ich sehe einen Wo? Ah, da Ich lauf kurz rüber Ah, da Nein Hab ihn ausgenockt Nur noch einer Rennen einfach durch Ich sehe den anderen Oh Gott, der ist weiter durch Also einer ausgenockt, der andere Erleben Richtung 85 beim Baum Hinten durch Ja, wir müssen durch Ja, wir schaffen das So, ich nehme kurz Schmerz So, easy Ich renne mal an den ran Ja Ich sehe ihn auch Er ist ungefähr direkt vor mir Warte, warte, ich werfe Granaten Hat Granaten? Ja, ja Weg, 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 weg Der andere ist wieder dabei Also, das steht am Baum Ich hab ihn noch umgemacht mit Granate Nice Ach, Ratter Nein Achso, du hast Oh Mann, Killstil Scheiße, Mann Wie viele Kids hattest du jetzt? Fünf Aber das war super krass Ich hatte elf, aber Alter Was für ein krasses Game Alter, einfach auseinandergenommen Schon zu Beginn in dem Haus Ich werfe gerade noch Granaten Und dann so Oh, da links ist er ja Wechsel auf DM16 Rasier den Folge mal Ich hab den nicht getroffen Egal, wie du gerade in das Team Die haben sich geballert Und du hast die alle weg Also das war krass Ja, eben Ich hab den Ich hab einen von den weggeholt Da kamen zwei andere dazu Und dann die beiden Einander einfach mitgenommen Einfach Einfach durchsprayen Alter, das war ein krasses Game Ist das eine Pistole? Ja Die geht zum Top Ich pisse auf die Gegner Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein Äh, ja So, Lars Du Hurensohn So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt Ja, Tanzverbot ist am Start Die Achterwanne geht so ab Ich tänze mit der Gänse Ähm Lass mich Oh mein Gott Ah Oh my God Ah Oh my God tej Lass mich ich ich Vielen Dank.